Es geht ganz nah dran, wenn sie alle sehen. Jetzt geht's los. Jetzt fängt das Trainingslager an. Jetzt fängt eure Reise an. 205, das ist immer. Das ist aber traumhaft. Das Minibar ist auch gefühlt, das ist auch gut. Es geht um die Wurst langsam. Ich bin gespannt offen, ja. Hallo zusammen, ich bin Jérôme. Mein zweiter Name ist Johannes. Ich bin Kosmetika. Ich schreibe gerade ein Buch. Es ist im Endeffekt der Mr. Right. Einer, der die Welt oder die Streize etwas besser macht. So ein Mr. Right muss wirklich alles können. Es geht um das Kennenlernen und natürlich auch Tipps zu geben. Vor allem für mich, das habe ich schon erfahren. 20 von euch ist es schon wieder vorbei. Ganz gerade, voll straight. Er meint den Fuss, rutschst du etwas hin. Schau, wir müssen es machen. Okay. Das ist jetzt Kasti. Mit der Sponsoren. Er spricht, als würdest du mir hier reden. Hier ist kein Kanal, aber du einfach ganz locker. Als würdest du mir erzählen. Tschau zusammen, hoi. Du läufst rein und es hat fünf Gegenstände auf dem Tisch. Und du suchst dir einfach einen aus. Du bist doch nervös, Janik. Ich? Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich. Okay. Klar, das kannst du mir machen. Du darfst ja einen von den fünf coolen Gegenständen aussuchen und musst den bewerben. Das must have im Bett. Und zwar jedem. Egal ob Mann mit Mann, Frau mit Frau oder was auch immer. Das ist dieses Produkt, das sie auch brauchen. Es gibt eine Exkursion. Das hast du noch nie erlebt. Es ist eine letzte Schnecke. Man kann wirklich weit runter. Und dann ist es super, wenn du die Leute auch noch holen, wenn sie M&M machen. Also Männer, die sagen das mit Männern. Also du stellst dich schnell vor. Du sagst schnell, ich bin der Ramon, ich mache das und das. Ich bin aus der Leidenschaft das und das. Ich bin 31 und bin aus der Leidenschaft Gastronom. Und bin gelerter Schreiner. Das heisst... Was heisst das? Ich stehe gerne vor der Kamera. Und kann aber auch Anpacken helfen als gelerter Schreiner. Ich auch. Das ist ein ganzer Dings-Fold. Ah, das ist der letzte Ding. Noch ein Moment. Und darum kann ich auch helfen, Anpacken. Machst du das? Okay. Ich glaube, das Morgenessen ist das Wichtigste am Tag. Und da kann man richtig reinhauen. Ich schaue eigentlich jeden Morgen drauf, was ich esse. Und meistens das Wein ist halt ein wenig ungesund. Ist halt leider so. Ich mache sehr viel Sport und dann verbrenne ich das auch wieder. Ja, es ist ganz wichtig. Woh! Schwach! 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 Oder dann gehe ich hoch. Und dann entsteht, dann spüre ich, das sind Emotionen. Ich glaube, was wichtig ist, dass sie ein Bewusstsein haben, dass sie einen Körper haben. Und dass der Körper atmet und dass aus dieser Atmung heraus eine Stimme entstehen kann. Und der Janosch und der Raff von die Sieblos. Da den langen Chicken sollen geschenkt von Sailor. Melz! Melz! Schwiss Melz! A war! Melz! Melz! Schwiss Melz! A war! Ficken! Danke!